Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Okami HD. Heute werden wir uns der wohl schwersten Prüfung des Spiels stellen. Der dritten und letzten Kampfprüfung. Wieder natürlich mit Capture Card. Und ja, ich werde das in den ersten Videos mit dem Ding noch sagen, weil es ist für mich jetzt auch was Neues und Besonderes, dass ich das Ding habe. Also, ich bin schon hier nach Kamui gereist, damit wir nun direkt loslegen können. Es wird sehr schwer. Ich will nochmal gucken. Nein, ich habe nicht im Ansatz genug Glück, um noch was zu vervollständigen. Ich weiß, dass hier großteils weniger Gegner-Spam vorkommen dürfte. Oh Gott, und ich sehe schon, die haben viele, viele Leben. Schwebt gerade einer? Nein. Dann verlangsame ich einfach mal kurz, weil hier gerade ein bisschen viele für meinen Geschmack sind. Okay. Die erste Runde ist wirklich Gegner-Spam mit Gegnern, die auch einige Leben haben in dieser Form. Ich will auf dich. Und ich will dich weg haben. Da fliegt wieder einer. Die Fliegenden will ich lieber schnell am Boden haben. Oh wait. Es war der letzte Fliegende, der schon wieder zurückgekommen ist, weil er gar nicht tot war. Ah, meine göttliche Aura wird unnötig beschadet. Ich rechne sehr damit, dass diese Kampfpuffung wirklich eine Challenge spürt. Das Spiel ist zwar grundsätzlich wirklich nicht schwierig, aber gerade für... Ich kriege trotzdem nicht vor, dass sie bei der Welt stattfindet eine Chance verbracht. Also gehen Sie das mit den E Teilen der Runde. Wie ist es dann noch eine Chance verbrechtigende Schlüssel? Oh, ich freue mich noch an, meine Güte. Oh, ich freue mich noch an, meinen Geist. Ich freue mich noch ein paar System. Ich konzentriere mich gerade auch Wenn es nur nach Spam aussieht Und es großteils auch ist Aber deswegen rede ich auch nicht viel Weil ich hier gerade schon echt sicher gehen will Jetzt sind hier auf einmal sehr viele Flutgegner Oh Gott Und ich hole da lieber mal welche runter Ich glaube du bist der Letzte Und dementsprechend Finischen wir die erste Challenge hier ohne Schaden zu nehmen Das ist gut Aber Ist es gut genug Und ehrlich Ich überlege gerade auch wozu Zur Hölle man seinen Geldbeutel weiter upgraden sollte Ich weiß dass man dieser Challenge Millionen bekommt Aber Selbst mein Level von der Okay das ist das zweithöchste Aber Okay jetzt wird es hart Kann ich das auch auf den nutzen Ich brauche mehr Nebel Ich brauche mehr Nebel Ich muss den Nebel wieder mehr nutzen Das sind zu viele Gegner und zu viele Angriffe Falls das ich ohne gut klarkommen würde Ach Scheiße da hinten war gerade einer betäubt Und ich habe es nicht gerallt Bei dem rall ich es aber Wieder Zeit verlangsamen Geh auf den Ja jetzt kassier ich Weil der Sinnfalschen Gegner Attackiert hat Der Angriff Es ist schwierig gerade Okay vor allem wenn der in die Luft geht Wortwörtlich Wenn ich slowe dann kann ich den auf jeden Fall In einem Durchgang Bekommen Nähern wir uns langsam dem Ende der Runde Ich bilde mir auch ein Olaf hätte behauptet Dass nur die ersten zwei Runden wirklich Einlicher Gegner Spam sind Und tatsächlich Hieße dass das nach dieser zweiten Runde Der Gegner Spam rum wäre Ich weiß Überraschend Wieso was auch überraschend ist Dass ich mich wirklich jetzt noch treffen lasse Aber wirklich ein Leben verloren Habe ich immer noch nicht Scheiß Timing für den Kraftstreich Das scheint aber der letzte Gegner zu sein Und ich bin definitiv Verfechter von Sprungschlägen So Haben wir den auch kaputt geschlagen Es wird eine Weile dauern Heute Sehe ich schon Zehn Level müsste es geben Wenn er recht hat Dann müsste jetzt schon eher ein Miniboss Kommen Rematch Äh nicht wirklich Nicht wirklich Obwohl doch die Dinger gab es nur als Zwischenboss Also wenn man es so sieht Ist es ein Zwischenboss Rematch Wurde ich jetzt wirklich Im Sterben noch Von dem getroffen Ich sehe gerade aber Dass der andere Auch hier steht Und ich merke auch Warum das Goldene Tintenfass So eine Gute Waffe ist Jetzt lebt er mit AMHP Aber Du willst mir nicht wirklich sagen Dass es das war Oder Das war mit Abstand Das einfachste bisher Aha Also Wirklich Der kam so Dass ich ihn nicht sehen konnte What the fuck Die stehen alle ineinander Ich glaube Einer ist tot Ja natürlich wurde ich getroffen Aber egal Auch wieder nur auf die Barriere Wir sind bisher Ohne einen Lebenspunkt Zu verlieren Oh ich dachte kurz Da wäre noch einer gespawnt Fünf reichen Dann auch langsam Würde ich behaupten Ich bin echt nicht überzeugt Von der Kombo War es das? Oder wir wollen noch mal Mehr spawnen Das war es Hunderttausend Ich habe trotzdem der Meinung Dass das so ziemlich Die einfachste bisher war Jetzt wird's schwierig Jetzt wird's schwierig Wieso trifft der mich Wenn ich hinter ihm bin Okay Jetzt ist es mies Das ist die erste Richtig ekelhafte Challenge Ich kassier so viel Hilfe Ich werde immer noch von Zeug getroffen Ich müsste endlich einen Trommler wegbekommen Okay Einen hab ich Lässt die mich beim Bewegen verletzen Ist halt so mies Und es ist gut möglich Und es ist gut möglich Dass ich irgendwie ein paar Minuten Cut setzen muss Okay Einer ist tot Also ein Element auf der Waffe zu haben Kann schon echt nerven Gegen diese Art Gegner Wir haben einen weiteren Trommler weg Mit Glück war das der letzte von denen So was wie No Damage Ist das hier definitiv nicht mehr Aber Es hätte deutlich schlimmer enden können Okay Der hier ist jeden Moment tot Ah Es sind so viele Aber sie sterben Da ist noch was gespawnt So viel zu Gegner-Spam gibt es nur bis Runde 2 Wir sind in Runde 4 Und das ist die spammigste Da kommen noch mehr Hören die auch auf zu respawn? Die sind halt so nervig Ich mein lieber spawnen die nach als Trommler Aber Trotzdem wäre langsam mal ein guter Zeitpunkt Es bleiben zu lassen Ich hab ihn sehr eingeengt Der andere versiegt irgendwie Zuhilfe zu kommen Scheitert aber Komplett Ich glaub der Rand des Kampffeldes ist wirklich der Ort wo diese Gegner nicht sein wollen Und es scheint keiner mehr zu respawn Danke Wenn das Geld nach der Kampfprüfung reicht Hol ich mir vielleicht einfach aus Prinzip noch den goldenen Zorn Und jetzt geht's ab Und jetzt geht's ab Die Totenköpfe müssen ganz schnell weg Und ich rechne stark damit Dass noch welche von den Typen respawn Aber wir haben nicht wirklich was zu sagen Sobald man die Totenköpfe weg hat Jetzt aufpassen Wenn einer respawn sollte ich den am besten sofort abfangen Ach die lassen mir sogar Zeit mit denen Ist das euer Ernst? Und auf den habe ich Ich hab grad sein eigenes Projektil zurückgedöhnert Okay ich bin grad sehr gegen die Ah und dann buddelt er sich nochmal ein Aber ich kann den jetzt hier definitiv Down bekommen Spawnt noch was Weil wenn nicht muss ich sagen Natürlich in mir War aber auch ne miese Überraschung Ich hab jetzt ehrlich gesagt Nachdem wir Erst Totenkopftüten Dann was anderes hatten Nicht nochmal mit Totenkopftüten gerechnet Ah ein Totenkopf lebt noch So damit ist der schwierige Part schon wieder geschafft Okay schwierig ist es eher Hier wenn man mal ehrlich ist Auch nicht aber So beide in der Ecke eingeklemmt Fehlt nur noch du Oh ich spawn welche nach Ja jetzt wurde ich trotzdem von nem getroffen Aber ich glaube trotzdem Ich hab bisher keinen Schaden Dieses Match genommen Ich sag kurz aus als würde ich hier noch irgendwo Nah rumfliegen Ich hab ehrlich gesagt Keine Ahnung ob du mich Überhaupt Okay der eine hat grad versucht Mich zu schlagen Aber Ist das dann eigentlich Die letzte Welle hier Ich muss sagen Bisher Ist es einfacher Als ich dachte Ich mein ich hab ja irgendwie Wenn man wirklich auf die Lebenseinheiten guckt Vier Stück Oder so bisher verloren Vier ein halb müssen es sein Weil drei hab ich geheilt Vier ein halb In der gesamten Kampfprüfung Hab ich verloren Und das war's Mit der Runde Aber wann kommen jetzt langsam mal Die Zwischenbosse Auf die hab ich mich schon gefreut Ich weiß was es zum Beispiel Für einen ganz ekelhaften gibt Okay jetzt Ist Vorsicht geboten Unter anderem weil ich Literally keinen Plan mehr hab Was die Dinger machen Ich lege meinen Fokus auch Definitiv lieber auf die Dinger Ach stimmt die können ja Diese eine komische Schwertattacke Wo die so Schwerter beschwören Genau die Ich wollt grad sagen Wär praktisch Wenn ich die Nicht machen lasse Okay Einer ist tot Beide sind tot Aber da werden safe Welche nachspawn Da sind sie ja auch schon Der Fokus muss auf jeden Fall In diesem Kampf Auf den Viechern liegen Wenn man gewinnen will Wir haben halt auch Wirklich viele Leben Gerade in der Form In der Kampf Also in der Form In der Kampf Prüfung haben ja eigentlich Alle Gegner mehr Leben Nur bei diesem Rufig Hatte ich nicht das Gefühl Oder es liegt dran Dass ich tatsächlich Anders als Das ist halt wirklich Noch so ein Unterschied Oh Gott Im Hauptspiel Hab ich gefühlt Nie Iglus benutzt Ach und ich seh grad Da ist ja schon Wieder ein neuer Ach ne Das war der alte Der noch irgendwie Ein Leben hatte Und da spawnen Gleich der nächste Es wirkt aber auch Weil kein weiterer Mehr spawnt Als wärst du Der letzte Deiner Art Und grad wenn der Allein ist Kann ich ihn Mega gut Fokussieren Man sieht Der ist schon Jeden Moment Geschichte Bisschen umgucken Und sicher gehen Dass das der letzte Seiner Art war Aber offensichtlich Schon Boah und manchmal Nervt das Element schwert Schon Ich mein Ich sag's Wie es ist Man sollte Da definitiv Nicht ohne Reingehen Ach doch Noch Doch noch Ein Sechster Der hat sich Nur sehr viel Zeit gelassen Und wieder Zu dem Punkt Digga Da muss ich Olaf mal Ausfragen Was bitte Seine Definition Von Gegner Spam ist Wenn er mir Sagt Dass die nur In den ersten Zwei Runden Kommt In der Wievielten Sind wir Sechs Sieben Oder ist Dem seine Ausrede Dass jetzt Diese komischen Ritter Viecher Zum Beispiel Eigentlich Zwischen Bosse Sind Beide Weil der Glaser Definitiv Nicht Durchgehen Also Im Moment Sieht er Auf jeden Fallen Prüfen Ich muss Ich muss mich endlich mal wieder hinstellen Mein rücken macht es einfach nicht wenn ich beim zocken die ganze zeit sitze Jetzt kommen die Viecher Von denen ich weiß dass sie anscheinend echt krass sind wenn sie dazu kommen zu machen was sie wollen und ich habe irgendwie den rage mode von dem einen aktiviert was komplett scheiße ist weil ihn das unverwundbar macht Okay das war ein mieser hit Warum bist du im rage mode Okay leben weg Wait what was macht der Alter Ich kann da nichts machen gefühlt Sind die gerade beide unsterblich Nein Ich konnte nicht mehr dodgen Aber hier mal Frage an den Gegner Warum ziehst du diese scheiß Maske auf Wenn die so viel hässlicher ist als dein eigentliches Gesicht Und die können gift legen Drei auf einmal Okay jetzt wird es wild Ich habe keine Ahnung wie ich denen ausweichen soll hier teilweise aber Irgendwie soll es anscheinend gehen Ich will ganz schnell einen weg haben und ich sehe meine Leben Ich kann wieder nicht dodgen Ich kann einfach nicht dodgen Dieser Kampf ist broken Der steht einfach in keinem vergleich zu allem was davor kam Ich muss kurz ein bisschen aus dem Weg gehen Tinte tanken Der eine ist hier komplett am ausrasten Einer ist weg Das ist so wichtig Dass jetzt einer tot ist Ich habe keine Ahnung wie ich deren Rage Mode aktiviere Ich merke nur dass es passiert Und mir dezent schadet Sind die beide im Rage Mode Nein der nicht Natürlich Natürlich Oh Gott Das war wirklich kein Vergleich zu den anderen Runden Und gibt so wenig Also die Balance verstehe ich hier nicht Aber ich habe schon gesehen Ich habe mehr als genug Highlights Als dass ich das gut schaffen dürfte Was ich mir nur einbilde Genau das hier wusste ich Dass es kommt Aber Olaf hatte da irgendwas von Runde 5 gesagt Und das hier ist eindeutig nicht Runde 5 Triple Wacker Battle Und das ist kein Joke Es ist der Plan Auch wenn Also eigentlich müsste es 3 geben Entweder hält sich der dritte gerade irgendwo auf der anderen Seite der Map auf Was Einer ist schon tot Oder kommen erst 2 dann 3 Was Ich dachte es wäre ein Triple Wacker Battle Und auf einmal kommt hier auch ein Nach 2 Wacker 2 mal rau Da kommen die Mini-Bosse Von denen ich geredet habe Ich habe literally keine Ahnung Wie ich diesen Kampf angehen sollte Die sind deutlich stärker als die 2 Wacker Ah scheiße das letzte Ich muss mal kurz ein bisschen campen Für Tinte Natürlich Ja und natürlich trifft der Pinselstrich nix Okay Triple Wacker wäre mir deutlich lieber gewesen Aber eine Rau hat richtig Damage gefressen Und gerade wenn eine weg ist Ist das Ganze durchaus möglich Ah scheiße Okay Okay Beide sind gerade schwach Gott Kommt noch was Nein Zwei Rau und zwei Wacker Die Rau waren deutlich Stärker Aber wir müssten uns langsam dem Ende nähern Ach Es kommt noch mehr von denen Du willst mir jetzt aber nicht sagen Dass wir mit einem Wacker und einer Rau beginnen Und dann in der nächsten Runde auf Doppel Wacker und Doppel Rau Oder Also ich meine nächste Runde innerhalb dieses Also eigentlich schon in dieser Runde Zweite Welle Und ich stelle mich jetzt schon scheiße an Ich habe jetzt schon eh unfassbar viele Leben verloren Ich habe das Gefühl Ich muss mich auf den Wacker fokussieren Aber gleichzeitig kommen dann halt solche Attacken von Rau Der ist halt eindeutig der Schwächere von den beiden Und den los zu sein Ist schon mal Es spawnt einfach ein neuer Dann ist es gut möglich Dass drei von beiden spawnen Ich muss jetzt slown und offensiv gehen Weil gerade jetzt ist Rau stark In einer angreifbaren Form Okay Das ist bad von mir gerade Da spawnt noch ne Rau Ich hoffe zumindest nach den Beiden Rau War es das Oh Gott Ja jetzt werde ich getroffen Weil mein Kraftstreich Streich nichts genützt hat Das ist noch ne Okay Jetzt gegen Ende rasten sie aus Sie rasten wirklich aus Sie rasten wirklich aus Jetzt ist die andere In ihrer schwachen Phase Okay Ich habe den Schwertangriff unterbrochen Aber nicht den da Und hier ist eine geschwächt Wenn ich geschwächt sage Meine ich damit so Schwachpunkt freigelegt Und die zweite ist auch in der Lage In der Situation Das könnte der Finisher sein Hoffen wir zumindest Dass es das wirklich war Für diese zumindest Ich glaube nicht Dass das die letzte ist Aber Die Runde haben wir geschafft Oh Gott Jetzt haben sie wirklich Keine Gnade mehr Und ich sollte wirklich mal hier Taktisch schlau genug sein Zu warten Bis meine Tinte wieder voll ist Ui 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 Wir kommen in die letzten Runden Und es wird sehr anspruchsvoll Willst du mich Flaxen? Vor allem können die Alle diesen Scheiß Move Ja dem einen Konnte ich ja gar nicht Mehr ausweichen Ich habe das Gefühl Es riecht hier langsam Nach einem Tintenstein Und ja Ich nutze einen Okay Einer ist hier Schwachpunkt offen Wow Jetzt habe ich beim letzten Faschissen Ich sollte wirklich Die Zeit gerade nutzen Und Nebel spammen Als gäbe es kein Morgen mehr Ich meine Wofür habe ich denn Die unbegrenzte Tinte? Abgesehen von dem Punkt Dass ich 38 Schwerter Die Minute abwehren muss Einer hat einen offenen Schwachpunkt Natürlich kommen dabei Schwerter Diese Schwerter Sind mit Abstand Der schlimmste Move Und mein Tintenstein Ist ausgelaufen Natürlich setzt Tinten der Keckschwerter auf Natürlich setzt Der Keckschwerter auf Natürlich wirkt Mein Schwertstreich Ja Der Kampf ist so ein Dreck Der Kampf ist so ein Dreck Es kommen wieder Schwerter Okay Einer hat wieder Schwachpunkt Ich muss wirklich Den scheiß Nebel Spammen Ich habe den Nebel nicht rechtzeitig Er setzt doch bestimmt Schon wieder irgendwo Der Schwerter auf Ich habe meine Leben im Blick Und das ist halt wahrscheinlich Nicht die Finalrunde Okay Zwei Haben ihren Schwachpunkt Draußen Okay Jetzt nicht mehr Und der Tintenstein Ist weg Ich muss Versuchen So Viel Damage Zu machen Wie möglich Ja Und werde dafür Komplett zerstört Digga Okay Schwachpunkt offen Und ich sehe Schwindende Lebensleisten Bei mir auch Aber auch Bei ihnen Nein Okay Wir haben einen besiegt Und wenn diese Runde welche respawn Dann war es das Sag es die Alleine War Nagi Nicht stark Was ihn wirklich Schlimm macht Sind die Schwerter In diesem Dreierkampf Der hat seinen Schwachpunkt Gerade draußen Kommt der Letzte Gerade wenn nur noch einer da ist Ist es halt auch nicht schwer Weil der kann seine Schwerter Nicht so nervig machen Verpiss dich Verpiss dich Warte was Das war es Das war es Tatsächlich Wir haben die Kampfprüfung Wir haben die Kampfprüfung In 47 Minuten Ich berechne jetzt einfach mal Dass ich 2 Minuten nach Beginn der Audio Da war In 47 Minuten Haben wir die Kampfprüfung geschafft Haben wir die Kampfprüfung geschafft Okay wir haben einige Highlight items gebraucht Aber trotzdem Ich würde behaupten Man kann sich über die Leistung Nicht unbedingt beschweren Hat gut geklappt Und ihr wisst auch was das heißt In der nächsten Folge Sind wir dann bereit Für das große Finale Von Okami HD Es kann natürlich gut sein Dass es mehrere Folgen braucht Aber auf jeden Fall Beginnen wir Mit der letzten Großen Challenge Und bevor wir diese Folge beenden Gehen wir nochmal kurz Zum Dojo Und holen uns für den Flex Von All der Kohle Die wir jetzt verdient haben Den braunen Zorn Gott Also am Ende war das schon Geschwitze Der Triple Nagi Fight Vor allem Die Raos Nagis Trotzdem Haben mir die letzten Kämpfe besser gefallen Aber letztendlich Muss ich halt über all die Kampfprüfungen sagen War großteils einfach nur Gegnerspam Und Es war halt nicht so toll Hm Ich bin trotzdem zufrieden Ich dachte es wird mehr Probleme geben Eigentlich nur im letzten Kampf Wirklich Diese Schwerter sind halt das Nervigste Das es gibt Konkurrenzlos Und ich bin hier Für die krasseste Aller Abilities Brauner Zorn Jetzt geht es ab Für den Vollen Flex Und ich muss mal gucken Ich glaube wir können das Dojo Komplett leer machen Dann machen wir das Also Ähm Ich habe keine Ahnung wie ich den gesprochen habe Drück während des Kampfes fest A Um den Gegner anzukoten Und zwar wortwörtlich Die Folge ist lang genug Aber deswegen denke ich mir auch hier Auf die paar Minuten Kommt es jetzt auch nicht mehr an Oh mein Gott Man muss das ja wirklich Lang drücken Der braune Zorn Alter Die beste Ability In Videospielen Jemals Wir können jetzt Coten Und das hat uns gerade mal Zwei Millionen gekostet Trotzdem Wir sind runterkommen gerade Es war schon Auch anstrengend 50 Minuten lang Und ja Wir brauchen nur 80.000 Um Das gesamte Dojo leer zu kaufen Dann machen wir das noch Einfach damit wir es haben Halt Wieder Immer wieder Schnell Y Hul Brauche ich dafür Perlen als Erstwaffe Ich glaube schon Äh Oh mein Gott Es ist Es ist die beste Technik im Game Das ist eine 69er Combo Oh mein Gott Wir haben Okami Durchgespielt Leute Hä Warum waren es dieses Mal Weniger Für mich ist es eine 69er Combo Ich will nicht angreifen Ich will gehen Alter Lass mich laufen Das ist aber auch ein interessantes Video So für irgendwie Das dritte Das ich überhaupt mit einer Capture Card Aufnehmen finde ich Aber ich bin so froh Dass ich noch vor dem Finale Dieses Spiels Das alles hinbekommen habe So Letzte Dojo Technik Dann lass uns mit dem Training beginnen Die Perlenkette Rüste dich mit Perlen bei beiden aus Das wird dann Noch krasser Die letzte Dojo Technik Die uns in diesem Spiel gefehlt hat Krass ne Aber das Design von Amaterasu ist grad cool Mit diesem ganzen Zeug Das da drum rum fliegt Es sieht schon geil aus Da kann niemand was sagen Aber Wie ihr sagt Das war es dann auch endlich mal Mit der heutigen Folge Von Okami HD Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Like Und oder ein Abo da Das war Arbeit auf jeden Fall Und seid dabei Wenn es nächstes Mal aufgeht In die Eiche der Yamato Zum Da ist ein Das war unwground Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Cos